Ok, wir sind hier also unter einem guten Leitungsbündel und wollen nochmal gucken, was hier mit solchen Displays passiert. Ich habe das mal aus einem alten Strohhalm hier aufgeklemmt und ohne irgendwelche sonstige Energiezufuhr fängt dieser ganze Kram an zu leuchten bzw. aktiviert zu werden. Vollausschlag würde ich sagen. Ich muss die Luft halten, da irgendwie nicht mehr so viel, irgendwelche Aussteuerungsbalken sogar. Aber hier die Halme, total geladen, ich habe noch ein anderes Display hier, so geht das. Das mit den Treppen dran hier, mit dem Anschlusspens ist noch ein bisschen besser. Ja, hier die Halme, scheinbar sind die Halme geladen, die nehmen das alles auf hier.